Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Die letzte Folge ist ja schon eine Weile her, aus Gründen. Aber jetzt geht es endlich mal weiter. Und ich habe auch, dadurch dass ich eben keine Zeit mehr hatte, aufzunehmen und so weiter, habe ich einfach mal weitergebaut. So ein kleines bisschen. Und wir werden eine Statue, das werdet ihr gleich sehen, eine Statue fertig bauen. Dann sehen wir auch endlich mal, was es ist. Und ich habe eine zweite Statue, hier sieht man schon, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Hier ein bisschen Steine gesammelt. Hier auch schon ein bisschen was gemacht. Denn dann geht es nämlich gleich mit der nächsten weiter. So, gehen wir mal raus. Und man sieht schon, der Kopf ist oben. Der Kopf ist auch fertig. Es fehlt eigentlich nur noch das T-Shirt. Weil da war das Problem mit dem, mit den Teerklötzen. Bis jetzt brauchte man, glaube ich, vier Fossilien und jetzt braucht man nur noch zwei. Also das war, das war relativ viel. Und Fossilien, ich habe den ganzen, die ganze Gegend hier umgegraben. Da unten sieht man es, um die Fossilien zu finden. Und ich hoffe, es reicht jetzt auch, was ich hier habe an schwarzen Steinen. Na, ich meine, ich habe, glaube ich, nochmal irgendwo so schwarze Blöcke, aber ich weiß gerade nicht, wo. So, wenn wir hier reingehen, dann kommen wir einmal ins Haus. Und da sind wir jetzt auf dem Kopf. Hier als Haare habe ich hier einfach die Stalaktiten genommen. Sieht dann fast so aus wie Haare. Und da sieht man auch schon das nächste Projekt dann. Die nächste Statue. Und man sieht auch schon eine kleine Anzeige über dem Lebensbalken. Die füllt sich langsam. Es wird hier nämlich oben relativ kalt, da ich schon recht hoch bin. Ich kann ja mal runterschauen. So, C. Übrigens, wenn man C drückt, kann man nicht mehr runterfallen. Dann kann man ganz an die Kante hingehen. Man kann nicht runterfallen. Das ist eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn man so hohe Bauten macht. Also, hier geht es schon weit runter. Und deshalb ist hier auch etwas kalt. So, und jetzt sind wir im Inneren. Im Inneren des Kopfes nämlich. Hier stehen so ein paar Tische. Da hängt Zebrayn. Da unten muss ich noch fertig machen. Dann gehen wir jetzt nämlich gleich raus. Und das hier sind die Augen. Kann man rausschauen. Und von außen sieht das ein bisschen strange vielleicht aus. Weil das Weiße eigentlich hier reingehört, wo das Glas ist. Aber es ist nun mal so, da ich hier Fenster haben wollte, zum rausschauen, muss ich das Weiße irgendwie in den Hintergrund machen. Dass es dann so aussieht, als ob. So, es ist schon wieder arschkalt. Den Typen friert schon wieder. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, wir gehen mal runter. Machen wir die Schulter dann zum Schluss. So. Weil bis hierher hatte ich schon. Nur bis jetzt war das, wie gesagt, mit dem Teer immer ein bisschen schwierig. Und deshalb war eigentlich das das Letzte, was ich noch machen wollte. Und dann ist nämlich auch diese Statue schon mal fertig. Und dann geht es nämlich auch dann gleich mit der nächsten weiter. So, wo machen wir denn? Machen wir mal bis hier hin. Und ich habe das Gefühl, dass die Steine nicht reichen werden. Dann müssen wir dann nochmal Fossilien suchen. Gefällt mir natürlich gar nicht, weil das eine Mordsarbeit ist. Aber irgendeiner muss es ja machen. So. Da. Auf der Rückseite waren wir auch noch nicht. Da können wir noch runter. Und da sieht man schon, es hat die gleiche Größe. Die Statue nebenan. Nur eben dann eine andere Person. Oh, da fehlt einer. Das passt dann. Können wir eigentlich hier auch dicht machen. Und die Steine könnten sogar reichen, wenn es oben auf der Schulter, weiß ich noch nicht, da müssten wir durch den Kopf dann rausgehen. Nicht mehr allzu viel ist. Dann könnten die Steine sogar reichen. Warte mal, da können wir eigentlich diese Schulter gleich mal von hier aus machen. Dann muss ich nicht mehr hier durch den Seitenkopf hier raus bohren. Und zum Schluss finde ich dann die Steine wieder nicht mehr. So. Die Schulter hätten wir auch. Dann hier, dann brauchen wir hier einen, hier einen. Da geht es wieder nach unten. Da müssen, das ist immer das, dann natürlich das Blöde, wenn man das Crouchen anhat. Man muss dann, wenn man irgendwo runterspringen will, auch wenn es bloß eine Blockhöhe ist, muss man immer das Crouchen wieder raus machen. Und wieder neu rein machen. Ansonsten würde man einfach hängen bleiben, wie hier. Das ist leider ein bisschen blöd gemacht, aber, naja. Man kann damit leben. So, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch hier die Brust. Der Rest müsste ja schon fertig sein. Und dann, ich glaube, die andere Schulter, weiß ich gar nicht, ob ich die schon fertig habe. Aber, die müssten wir wirklich dann von innen mal durch den Kopf mal ein bisschen machen. So, da müssen wir ein bisschen hüpfen. Ist zwar jetzt nicht gerade ganz safe hier. Aber, es hilft ja nichts. Wir müssen ja da oben hin. Außer, wir könnten natürlich auch den hier machen. Wäre vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Dann können wir das hier auch weg machen, weil das ist ja nur quasi mein Aufstieg bis jetzt gewesen. Ich glaube, ich drücke lieber mal wieder C, denn ansonsten könnte es schnell nach unten gehen. Und vor allem hoffe ich jetzt, dass ich wirklich keinen Stein vergessen habe. Weil, wenn jetzt mittendrin einfach mal ein schwarzer Stein fehlen würde, dann würde man da ein graues Loch sehen. Und das wäre natürlich extrem uncool. Wenn ich habe bei der anderen Statue, die ich schon vorbereitet habe, das ist ja der innere Kern aus Stein. Und da hatte ich das Problem, ich habe mich vermessen. Und dann war nämlich die Sache so, ich musste dann halt irgendwie an der Statue nochmal runter bauen, dass ich irgendwie da hinkomme. So. Moment. Natürlich habe ich keinen Stein mehr dabei. Mal schauen, wie wir hier am besten nach oben kommen. So. Und so müsste es gehen. Die Laterne nehmen wir mal mit. Gehen wir mal hier raus. Hier muss ich dann noch mit Steinen auffüllen und den Boden zumachen. Aber als erstes müsste ich... Ach guck, warum ist das so tief unten? Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, okay. Ne, das passt dann. Dann ist die Schulter fertig. Dann müssen wir jetzt bloß... ...den lieben Kopf hier wieder zusammenschustern. Machen wir so. 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 Nein. Und so. Genau. Jetzt fehlt halt hier nur noch der Boden. Das ist der falsche Block. Und genau das meine ich, nämlich dann muss man nicht wieder die richtigen Blöcke suchen. Und pipapo. So. Können wir das mal zumachen. Und das hier mache ich mal später noch zu, weil das ist ja relativ unspektakulär. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn man hier ein Feuer hat, oder mehrere Feuer, dass es hier drin wärmer wird und dass den Typ nicht mehr friert. Aber die Anzeige geht immer weiter nach oben. Finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so schön. Weil man ja dann irgendwie hier sich oben ohne diese Eis-Potion gar nicht aufhalten kann. Und man wieder runter muss. Ach, das sind Korallen, okay. Das heißt, das Gehirn müssen wir noch ein bisschen größer machen. Dass das nicht ganz so jämmerlich und verkümmert aussieht. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal von außen an. Sind wir wieder hier. Und da sehe ich auch schon ein Gehirn. Das können wir mitnehmen. Also eigentlich ist ja kein Gehirn, das sind ja Korallenblöcke. Aber wir zweckentfremden die einfach mal als Gehirn. Und ihr seht schon, hier habe ich noch ein bisschen was gegraben. Weil ich habe ja was gesucht. Und dann habe ich ja ein bisschen gewütet. Und deshalb sieht das hier alles gerade so ein bisschen zerpflückt aus. So, tun wir mal schauen. Da ist mein Aufgang. Und ihr seht schon, hier sind überall Löcher drin. Hier habe ich überall so Probelbohrungen gemacht, ob nicht irgendwo Fossilien kommen. Und das geht einmal ringsrum. Ich habe hier die ganzen Stalaktiten rausgesammelt. Hier, das ist auch alles tiefer. Hier sind überall die Löcher drin. Und ich habe auch noch ein paar Höhlen außerhalb von der Gegend hier mal untersucht. Und habe dann eben dort auch noch Fossilien gesucht. Und da bin ich sogar fündig geworden. Aber mittlerweile gibt es hier fast nichts mehr. So, es ist fast 8 Uhr abends. Und die Monster kommen raus. Dann würde ich mal sagen, dann lege ich mich mal schnell pennen. Denn das ist jetzt auch relativ neu. Oder relativ neu. Das gibt es schon seit 2 Updates, glaube ich. Dass man, wenn man sich ins Bett legt. Ich mache das mal. Das sind, glaube ich, 5 Stunden oder so. Wird dann die Zeit vorgedreht. Ja, nicht ganz machen jetzt 2 Stunden. Aber wenn ich jetzt nochmal schlafen gehe. Dann müsste es, glaube ich, 5 Uhr morgens sein. Genau. Und ihr seht schon, dann steht unten immer eine Serverbenachrichtigung. Dass ich jetzt quasi schlafen gegangen bin. Und das ist ganz wichtig. Wenn man mit Freunden spielt, um die Zeit dann quasi vorzudrehen, müssen sich alle Spieler schlafen legen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. So, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Jetzt sind wir wieder hier. So, genau. Hier will ich hin. Also wie gesagt, wenn man die Zeit mit Freunden vordrehen will, müssen sich wirklich alle schlafen legen. Und dann wird die Liste natürlich länger, dass sich jeder Spieler schlafen gelegt hat. Und dann geht erst die Zeit nach vorne. So. Ich gucke mal noch nicht hin. Obwohl, man hat es ja wahrscheinlich eh schon erkannt, was das sein soll oder wer das sein soll. So, da ist er. Tja. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Das ist nämlich ein Minecraft-Charakter. Und zwar der Minecraft-Charakter von dem lieben Gregor Onk, dem Gronkh. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und genau so sieht der Minecraft-Charakter aus. Ich habe mir da mal die Skins, kann man mittlerweile werden die von manchen Leuten so nachgezeichnet. Und kann man die dann sich anschauen. Und da gab es eben so eine 360-Grad-Ansicht. Und deshalb konnte ich das jetzt auch so eigentlich auf den Pixel genau bauen. Ich habe halt nur die Pixel genommen von der Figur und habe die dann mal ich glaube jeden Pixel mal vier oder mal zwei genommen. Dass das Ganze dann passt. Ich glaube mal zwei. Weil der Bart ist im Original immer ein Pixel. Und ich habe dann halt zwei Klötze draus gemacht. Also im Sinne eigentlich zwei Pixel. Tja und das ist war das Projekt. Das ist der liebe Gronkh. Und hier kommt ja dann auch schon das nächste Projekt dann. Denn ich werde das jetzt so ein bisschen weitermachen. Immer mal wieder so Minecraft-Charaktere nachbauen von von YouTubern. Und vielleicht auch von anderen Leuten. Und vielleicht werde ich auch einfach mal andere Leute wie was weiß ich C, D, Y, X, Z Promis nachbauen. Aber das ist halt immer relativ schwierig. Weil es ja da keine wirkliche Vorlage gibt. Und bei Minecraft ist halt die Vorlage einfach Pixel-Grafik. Und das ist halt einfach tausendmal leichter nachzubauen als jetzt zum Beispiel was weiß ich ein ein Oliver Kahn oder irgendwas. Aber zurück zum Thema. Das hier wird der Minecraft-Charakter von ich glaube Pandoria war es. Und zwar mit dem Skin aus dem einem Let's Play, das sie vor kurzem gemacht hat. Ich glaube Silent Hill Silent Hill Minecraft Silent Hill PT Minecraft irgendwie so war das. Und deshalb habe ich da auch schon ein paar Rohstoffe gesammelt. Und das wird das nächste Projekt. Ich werde dann auf jeden Fall auch noch glaube ich von Turbinator LP kennt vielleicht auch der eine oder andere. Werde ich den Minecraft-Charakter nachbauen und da muss ich mal schauen wie ich irgendwie an die Vorlagen komme und wen es da noch gibt. Weil es gibt da einige YouTuber und Let's Player die Minecraft spielen. Ich glaube Mafuyu Unge Dehner und wie sie alle heißen. Und das werde ich jetzt nach und nach immer mal wieder so einen zusammen schustern. Kann natürlich auch sein dass ich zum Beispiel den Grundstein also den inneren Kern immer alleine mache im Offscreen weil das ist ja eigentlich das was eigentlich gar keiner interessiert dass da einfach nur Stein drin ist und dann wird halt einfach nur die Hülle außen rum gelegt. Das ist ja relativ uncool und das werde ich dann vielleicht im Offscreen machen aber die Verkleidungsarbeiten werde ich ja größtenteils wieder im Let's Play machen außer es kommt mal wieder irgendwas dazwischen dass ich mal wieder drei Jahre nicht aufnehmen kann oder so dann kann natürlich sein dass das auch schon mal wieder weit ist und das dann so wie heute einfach nur mal die Fertigstellung zu sehen ist aber ist ja glaube ich auch egal weil Hauptsache das Gesamtwerk ist dann mal fertig und man sieht es dann auch und es war jetzt nicht gerade wenig Arbeit das Ganze fertig zu machen und so sieht das Ganze von hinten aus also da sind auch keine Löcher drin also ist das vollständig das passt dann schon weil hier sieht man auch habe ich ein Fundament gemacht das habe ich auch noch verlängert das waren auch ein paar Stunden Arbeit nur die Klötze zu sammeln so wie komme ich jetzt hier hoch machen wir mal so um das Fundament dann einfach größer zu machen das muss ich jetzt nach hinten noch ziehen über den See drüber und das wird Richtung Süden also in die Richtung wo ich jetzt gerade schaue wird das auch noch länger weil ich weiß nicht ob ich die alle in einer Reihe baue oder quasi so um das Haus rum dass sie dann alle so in Richtung von dem Haus schauen das weiß ich noch nicht wie ich das mache ich glaube eher das wird dann eine spontane Entscheidung aber auf jeden Fall das ist der Gronkh und ich sag tschüss bis zum nächsten Mal ciao ciao